Moin Mädels! Moin Jungs! Hier ist euer Kaller! Der Kaller meldet sich zurück! Zurückstatement! Ja Leute, und wie ihr hören könnt, ist der Kehlkopf schon was wieder heile! Und da gibt's doch jetzt mal wieder richtig was auf der Pfeile! Ja Leute, hör mal, ah da muss ich doch erstmal was sagen, hör mal, die CDU hat die Wahl wieder gewonnen! Hör mal, Angie wieder an der Spitze! Oh, da gehen die Steuern wieder rauf wie in Ritze! Knallgas, Angie! Hör mal, Per! Oh, das geht doch nicht, oder? Hör mal, Per! Da kannst du aber froh sein, dass sie die Angie nicht ablösen musstest, hör mal! Sonst hättest du mal so richtig unter ihren karierenden Kosakenrock drunter gemusst! Mit deiner kahlen Platte da drunter! Hör mal, und die Angie unter dem Kosakenrock! Hör mal, da hat die so ein richtig geiles Trabiheck! Hör mal, ha! Und was hat die da hinten an ihrem Trabiheck, hab ich gehört? Hämorrhiden, so dick wie Kirschen, Per! Ach, und wenn du da unter dem Rock gegangen wärst, da wär der Mock dir entgegengekommen! Und da hättest du mal so richtig Kirschenernte gemacht, so! Per! Hör mal, so richtig schön das Fruchtbleich, so richtig in deine Mundhöhle rein! Knallgas, Per! Ja, Leute! Und jetzt bin ich wieder zurück! Und jetzt geht es wieder rund! Da gibt dir keiner Kund! Knallgas! 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 Knallgas!